Kalko Zapp, let's go. Schauen wir mal rein, was der Bruder hier zu erzählen hat. Um Limit! Ey Leute, mein Kollege kann einfach betten. Mach! Boah, der ist doch so krass. Digger, heftig, heftig, heftig. Ja, Mann. Oh nein, Digger, nein, 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 nein. Digger, bitte nicht. Schütze, guter Call, guter Anruf beim Revier, haben wir schon. Schütze, steht schon da. Junge, stark. Digger, Mann. Wie war los? Digger, wie geil war das denn, Mann? Wie tief sie da fällt? Wie kommt man an der Kriegers Karriere? Was? Wiederschauen. Und rein. Oh nein! Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich auch erschrocken. Aber ich hab mich angenehm erschrocken. Ich hab's so übel enjoyed, mich erschrocken zu haben. Wie geil. Erhören wir uns beim Pissen? Erhören wir uns beim Pissen? Okay, Chad, Speedrun. Let's fucking go. Das Game wollte ich auch mal spielen. Oh ja. Das ist es! Der sieht genauso aus, wie der Typ, wo wir gerade sind. Das Team, welches von euch? Schneller mit... Ja, servus, Leute. Ich darf mich ganz herzlich begrüßen. We got him. Ja, stimmt. Also es kann halt passieren. Es kann alles passieren. Es ist ein Bier. Abfälsaft. Kann ich auch ein Bier haben? Erstmal schreibt ihr auf, ob ihr einen Joker möchtet. Oder? Warum? Könnt ihr uns hören? Ja. Könnt ihr uns komplett. Könnt ihr uns hören? Ich höre dich gerade, ja. Aber ich höre dich auch unabhängig. Sonst sagst du ihm laut. Könnt ihr uns hören? Funny, actually. Zack, zack. Omega-Doll. Nein! Nee, das wird geklickt! Okay. Guck mal, anstatt ha-ha-ha-ha-ha zu schreiben, macht doch einfach ein Omega-Doll in den Chat, Leute. Ist Sascha. Ja, unter anderem so der Spargel-Tarzahn in der Runde. Gewürziger Stuttgarter. Hat riesige Nasenlöcher. Das ist, glaube ich, bekannt. Und hat mal... Ein Würfel hat pro Seite vier Ecken. Und deswegen vier mal sechs, weil der Würfel hat sechs Seiten. Vier mal sechs. Ich bin nämlich schlauer, als ich es selbst wusste, aber mein Kopf hat mir die richtige Antwort gegeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bam! Vier mal sechs ist 24. Wie dumm sind eigentlich manche Streamer. Ich will euch ganz kurz was sagen. Dieser Dennis hat wahrscheinlich gerade gehostet und hat zu seiner Community gesagt, Leute, lasst mal auf witzig zu Inscore rüber und alle in den Chat Leaks schreiben. Dennis, wirklich, du und deine Community, ihr seid so witzig, wirklich so witzig. Ich glaube ich, ich glaube ich, ich glaube ich. Kann nicht mehr, ja? Das ist so weird, du... Hör mir, Junge, what the fuck. Ich muss mehr Socken holen hier. Es ist nicht, es ist nicht kalt, aber es ist einfach ungewohnt, in Socken hier zu sitzen. Hä? Junge, no joke. Wie oft will Orange und Orange sich noch erschrecken. Oh, was war... Was war... Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Alter... Alter... Oh... Du kleiner Bastard, Digga. Die sind so geil. So geil, die Ruhe, die sind so kaffig. Sorry. Haben wir ein Pass. Das war krass, das war krass, das war krass. Was ist passiert? Digga. Oh, Junge, Alter. Digga, das war ein Scharfschütze. Ich war's gut. 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 Aber komm doch einmal, auf Omega-Lol-Basis. Probleme? Oh. Wie denn? Wie müsste ich sein? Guck mal, mein Kopf ist einfach so klein. Krass, Alter, das war krass, das war krass. Was ist passiert? Du dummer Nutzen. Oh, ey, Mann. Ich war's gut. Hey, du... Alter, Alter. Egal, egal, ich hab euch trotzdem ge... Ey, Alter, ich werde nicht... Oh, was passiert denn? Oh, genau so. Und wir sagen das. Ah, nein, es heißt doch... Ananas. Ananas? Das ist dein Ernst, Kevin? Ich stelle mir vor, wie Kevin hier in so einem portugiesischen Supermarkt geht. Und es können ja hier eh nicht alles immer zehn von zehn Englisch, weißt du? Digga. Was do you need? How can I help you? Oh, hello, I need the Ananas. What? Ananas. Oh, nein. Videos, die keiner checkt. Checkt die Clicks, ich mach Memes für die Kids. Uuuuuh. Steck es so viel ab, halt in die Videos, sieht man das. Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Alter. So. So.